Das ist eine blöde Stelle, die mag ich nicht. Also, das hört's an unserem Leben. Zwei. Oh, ich krieg zu viel. Leck mich doch. Okay. Oh, scheiße, da war ich so nah. Wie dumm. Wie dumm. Hier gibt es immer noch nichts her. Ich hab nach unten gedrückt und habe jetzt nicht gerutscht. Oh, toll. Das bringt jetzt auch sehr viel... Ich mach gleich ein anderes Level. Okay. Ach, Mann! Weil da eine Kante hängen geblieben ist. Ich frag mich gerade, warum... ...um ich ein anderes Passwort... achso, wegen dem Buchstaben wahrscheinlich. Okay. Äh, Mama Stage Select. Ich will was anderes machen. Wir machen Starman. Dann Waveman und dann den Napalm-Man. Aber Waveman ist wahrscheinlich ein Unterwasser-Level, das... ...hätten wir jetzt eigentlich... Oh. Okay. Oh, okay. What the... Meteorie? Oder Brezeln? Ich weiß es nicht. Das könnten auch Brezeln sein. Was bist du denn für einer? Uäh! Alter, was ist das für Musik? Nee! Nee, sie geht ja total nösslich. Nee, sie geht ja total nösslich. Wäh! 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 Oh, ein Leben, das nehmen wir dann natürlich direkt mit. Okay. Da gibt's. Nix. Oh. Also, die Musik ist sehr anstrengend. Das hört sich so nach einem Game-Over-Screen an, wo... äh... so ein Continuous-Screen eher... wo die Zeit dann so runterläuft. Okay, das sieht nach einem Fallerlebnis... ein Fallerlebnis. Naja, doch nicht. Okay, da ist das M. Boah, bist du hier bei einer? Ich habe Angst, dass ich so hochspringe. Der hält zum Glück nur einen Schuss aus, oh Gott. Voll reingesprungen, ne? Oh, netter Bier, ja, das ist ein Checkpoint gewesen, sehr gut. Oh, eine Energie, das ist schön. Die will ich jetzt nicht haben. Oh, das war auch knapp. Warum sind die orange? Die anderen waren grün. Boah, das ist voll böse! Alter! Das ist mega böse! Aber eine sehr coole Idee. Boah! Die geben nichts her! Das könnte straight von Star Wars sein. Mann! Lass mich in Ruhe! Dankeschön! Wann ist das? Ja, gewiss! holy shit was denn da los ich kann es gerne noch mal wiederholen von wegen das spiel ist einfacher als die anderen teilen ich glaube was los was falsch bei dir dennis also ich fand die anderen teile nicht so problematisch wie das hier ach komm denn es war wahrscheinlich einfach nur ein locker ein leben oder stelle ich mich hier irgendwie an mein gott verpisst euch doch mal ihr dummen schweine nix immer nur so müll lassen die fallen leben wäre nice oder eine große energie oder ein m oder ein energietank kleine energie ist auch okay das funktioniert nicht so wie ich das haben will ich wollte gerade sagen wenn man hier stehen bleibt dann kann eigentlich nichts passieren wenn man sich nicht doof anstellt wie ich zum beispiel ich mag nie mehr ich mag nie mehr man verpiss dich okay wir machen ein anderes level wir nehmen wave man ich hoffe dass wir heute irgendein level noch schaffen ja das sieht auf jeden fall schon mal nach okay da kann man drauf stehen nach einem wasser level das ist eine schöne animation von dem dampf fällt mir schön reingelaufen es sah jetzt so aus als ob da irgendwas rauskommen würde aus den dingern aber es sind rohre in die man reingezogen wird schön die musik ist gut das ist das mit dem bläschen wobei so hin und her konnte man die nicht auch irgendwie verschieben muss ich denn hin muss man nicht irgendwie nach links rüber oder so die zerplatzt da ja die große ich habe jetzt angst dass wenn ich nach oben fahre also schwebe mit dem dass ich da zerquetscht werde werde ich aber nicht okay wasser ich hab dir wasser 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 ist wie Ist ich irgendwie dumm oder so? Haben wir irgendwas? Ne, wir haben nur Coil. Aua. Oder können wir uns... Ne, der schießen. Können wir uns auch nicht... Ach, da drüben. Da drüben kam eine dicke Blase, aber wie komme ich denn da hin? Ah, okay, ich hab's verstanden. Aber... Sehr merkwürdig, wie viel Leben haben wir? Zwei. Ob das wirklich so gedacht ist? Dass ich kurz oben vor dem Bildschirm nach unten springe, auf die andere wiederkommt? Natürlich. Zu spät? Oder kann ich mich hier draufstellen, wird eine andere groß? Ne. Bitte. Bitte. Bis zum nächsten Mal.